Ist Schlagerstar-Schlägerin, extrem schlagfertig und vom Schlager fertig? Sie ist die deutsche Antwort auf die Frage, die nie gestellt wurde. Er ist Kölner Schlagerstar und Hass liebt seine Frau. Er ist ein professionelles Karnevalsmaskottchen und Kölner Itke. Ähm, ich hab erst gedacht, das ist ein Stripclub hier. Aber dann fiel mir auf, das kann ja gar nicht sein, weil hier kennt den Willi ja keiner. Aber Moment, Moment, Moment. Weil sonst hätte sich sein Handy auch direkt im WLAN eingeloggt. Guck mal die Hauer an hier, die Fingernägelchen. Nee, Hauer. Guck dir das mal an. Bah, die gibt so viel Geld fürs Nagelstudio aus, ne? Damit ernährt sie drei asiatische Familien. Toll. Die Jasmin, die ist so doof. Die ist so doof, Leute. Die sitzt im Wohnzimmer, steht auf, setzt sich auf den Fernsehen und schaut Sofa. Ey! Gross Battle, die neuen Folgen, Freitag, 23 Uhr auf Comedy Central.